Hallo meine lieben Bird Rider! Hier ist wieder euer Lansquid und Knazi der Sessel ist auch dabei. Und wir knarzen jetzt ein bisschen The Witcher 3 Wild Hunt weiter. Da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar... La di da dum di dum. La di da dum di dum. Ähm, muss ich mal auf die Karte gucken. Wir müssen irgendwo in so ein kleines Dorf oder eine Stadt da unten. Ach na genau, wir gehen an den Ort... Stimmt, wir gehen an den Ort, wo der Brief war. Also ne, den der Brief beschrieben hat. Der im Brief war. Also der Ort war jetzt nicht wirklich im Brief. Nicht so physikalisch. Das war kein magischer Zauberbrief mit einem Portal. Oder so. Oder mit einem Mini-Ort. Ach, ist das kompliziert. In dem Brief... Jetzt passt's auf. Wir haben einen Brief gelesen. Und in dem Brief waren Worte geschrieben. Buchstaben. Die Worte, die wir dechiffrieren konnten. Die Worte ergaben. Die Sinn für uns ergaben. Und in diesem Sinn steckte die Beschreibung eines Ortes, der sich in der realen Welt befindet. Und zu diesem Ort, der dort beschrieben wurde, gehen wir jetzt eine Mittagserscheinung. Eine Todesfee. Jetzt sollten wir uns vielleicht drum kümmern, ne? Aber wir werden gefährlich. Meiner Todesfee. Du bist aber wild hier. Habe ich das Zeichen jetzt schon gemacht? Ich glaube schon. Wirbel-Zwirbel-Zauberin. Oh. Die hat uns entwirbel-Zwirbel-Zauberin. Die hat uns entwirbel-Zwirbel-Zauberin. Die beschwert ganz Skelette. Was ist denn hier los mit dieser Todesfee? Ich habe sowas noch nie gesehen hier. In Witcher. Das ist neu. Haha. Die beschwert auf einmal eine Armee von Skeletten. Guckt euch das mal an. Ich habe noch nie Skelette in Witcher gesehen. Also keine Belebten. Okay, Todesfee. Das war ein bisschen crazy. Ich habe sowas noch nie erlebt. Selbst so ein erfahrener alter Witcher wie Geralt. Na, ich glaube, Geralt hat schon hunderte gesehen. Aber ich nicht. Ich begleite ja Geralt auch nur immer für ein paar kleine Schritte auf seinen endlosen, zahllosen Abenteuern. Was weiß ich schon. Hepata! Hoja! Kepasa! Ich hoffe wirklich sehr, dass sich CD Projekt Red vom Cyberpunk-Start erholt. Und dass ein Witcher 4 wieder die Qualität von Witcher 3 erreicht. Obwohl ich finde, dass Cyberpunk ein sehr gutes Spiel ist. Den verpackten Zustand gerade auf den alten Konsolen mal außer Acht gelassen. Obwohl ich finde, dass Cyberpunk im Kern, wenn man Glück hat und keine groben Bugs hat. Wenn man einen PC oder die neuen Konsolen besitzt. Und wenn man es eben spielen kann. Ist Cyberpunk ein sehr gutes Spiel. Aber ich finde, es kommt nicht und zwar nicht mal ansatzweise an Witcher 3 ran. Das ist schon nochmal irgendwie was besonderes. In vielerlei Hinsicht. Ich muss sagen, in Sachen Gameplay ist es Witcher 3 sogar überlegen. Aber in der Narrative. Und das ist ja gerade das, was Witcher 3 so gut macht. Kommt es nicht ganz mit. Ist es nicht auf Augenhöhe finde ich. Nicht, dass es das schlecht machen würde. Gar nicht. Ganz und gar nicht. Gehört immer noch zu den besseren Videospielen. Was Geschichte und Narrative und die Inszenierung und so weiter betrifft. Aber nicht Witcher 3. Kommt nicht an Witcher 3 ran. Okay. Das. Was war das? Was passiert hier? Ist das normal? Ist das okay? Durchschreite ich hier irgendwie ein Portal? Bin ich jetzt in einer anderen Zeit? In einer anderen Welt? Verschlossen. Eine Banane. Wo kommt denn die Banane her? Finde den Ort, der im Brief erwähnt wird. Also irgendwas ist hier sehr seltsam, ne? Ah, hier unten. Okay. Was ist denn hier los? Was ist das? Endelungen mit dir jetzt. Oh schön, das war nühen. Man hat mich überrascht. Hm, offenbar wurde er von einer Archespur getötet. Ich muss die Leiche durchsuchen. Fragment eines Briefs. Ich zerstöre alle Briefe und Nachrichten von du weißt schon wen. Du darfst keine Spuren hinterlassen. Der Rest des Briefes ist verbrannt. Der Brief legt nahe, dass dieselbe Person hinter der Sabotage der beiden Weingüter steht. Aber wer? Das werde ich jetzt wohl nicht mehr herausfinden. Verdammt. Ah, die Chris geht doch nicht mehr weiter, weil ich sie zu früh abgeschlossen habe. Ich hätte, ne, das hätte ich vorher machen müssen. Jetzt werde ich es nicht mehr herausfinden. Verdammt. Tja. Naja, so ist das eben. Das ist ja auch eine Qualität dieses Spiels. Auch wenn es immer schade ist, wenn man im Nachhinein erfährt, dass man Quests hätte besser oder günstiger oder anders lösen können, ist es ja schon auch was Cooles. Dass es so funktioniert, dass alles so verwoben und offen und komisch ist. So, was haben wir denn hier? Such im Trans-Tamara-Anwesen nach Marlenes Mitgift. Ah, 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 Flecken, Flecken-Troll-Quest-Fortsetzung. Ihr wisst schon, was ich meine. Fleckenwicht. Wieder Frau geworden. Mitgift-Hochzeit. Wir uns holen sollen. Machen wir auch, aber ich würde sagen, wenn es die Option gibt, geben wir ihr die Mitgift. Ist ja ihre. Theoretisch. Wir brauchen die nicht unbedingt. Schauen wir mal, ob wir sie brauchen. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, wir geben sie ihr, wenn es möglich ist. Die schuldet uns gar nichts. Wir waren nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und haben das Richtige getan, weil ich einmal neu geladen habe. Ansonsten hätten wir sie getötet. Hä, ist schon krass, ne? Ich hätte die töten können. Dann wäre die nicht in mein Anwesen gekommen. Wir hätten nicht mit ihr reden können. Es wäre nie über dieses Mitgift geredet worden. Ich hätte die Quest hier nicht bekommen. Finde ich irre. Finde ich irre. So viel, dass einfach nicht passiert wäre, wenn ich das Ritual nicht richtig durchkomme. Geführt hätte, wenn ich ihn nicht nochmal neu geladen hätte. Vielleicht hätte man dann von dieser Mitgift irgendwie anders erfahren. In einem Brief, den die dann bei sich hatte oder so, damit man den noch holt. Keine Ahnung. Macht eigentlich... Werden eigentlich Hexer durch die Mutationen so mutig und angstresistent? Oder ist es die Erfahrung? Weil, wenn ich hier in so ein nebliges Gebiet fahre und ich höre schon wieder Geisterhunde heulen und ich weiß, ich gehe jetzt gleich in den dunklen Keller und überall sind Löffel. Wow, sind da überall Löffel. Und selbst wenn ich weiß, dass ich den Fleckentroll, der hier gehaust hat, schon befreit habe von seinem Fluch, selbst dann hätte ich noch furchtbar Angst, hier unterwegs zu sein. Furchtbar Angst. Hm, ich sollte mich ein wenig umsehen. Und er ist eher so... Hm... Schön, schön. Voll. Hm, seltsam. Ein goldener Stab der Freude. Ist das ein Euphemismus für irgendein Sextoy oder sowas? Hm, wie hübsch. Würde sich gut im Haus machen. Hm, abgeschlossen. Das Hungerspiel. Hm, okay. Wahrscheinlich wäre das die Arena gewesen, in der man gegen den Fleckentroll kämpft, wenn man sie nicht umwandeln kann wieder in den Menschen. Und dann hätte man, dann hätte Geralt gesagt, ich sollte mich hier mal noch umschauen und dann hätte man das trotzdem gefunden, die Belohnung. Wahrscheinlich wäre es so gelaufen. Aber gut, egal. So ist es mir lieber. Viel, viel lieber. Auch wenn ich ungern zum zweiten Mal hierher gekommen bin, ehrlich gesagt. Aber Plötze, ne, Plötze chillt, ist ein bisschen Geistergras. Wenn Plötze keine Angst hat, dann muss Geralt auch keine Angst haben. Plötze ist nämlich sehr weise, was sowas angeht. Was haben wir denn hier eigentlich für eine Quest? Der Ritter zu Diensten erfülle die Aufträge, die die Krämerer dir gegeben haben. Einer von 15. Geralt fand einen ungewöhnlichen Brief, eine ungewöhnliche Nachricht. Jemand sucht die Hilfe von Rittern oder sonstigen starken Männern. Ist das so eine Klapper-Ganz-Fragezeichen-Ab-Quest? Ja, ne, da habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf. Das ist so eine Quest, die machen wir vielleicht irgendwann mal ganz, 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 ganz am Schluss. Weil bis dahin habe ich vielleicht schon das ein oder andere dieser Fragezeichen sowieso nebenbei mitgenommen. Das, aha, Moment mal, Hexerschule, das ist ja interessant. Das Großmeisterschema der Hexerschule ist eine Nebenquest. Die anderen sind Schatzquests. Verrückt, oder? Fragt man sich, warum? Finde alle, ach so, ich verstehe, wahrscheinlich, aha, alle zu finden ist die Nebenquest. Aber jede einzelne ist eine Schatzquest. So ist es wahrscheinlich. Okay, 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 okay. Dann hätten wir als nächstes Witcher-Karten, Hexer-Karten, Gwent-Karten sammeln. Witcher-Gwent-Hexer-Rüstungskarten-Schemata. Das finde ich, da habe ich jetzt Bock drauf. Holen wir uns die Gwent-Karten. Guck, zwei sind auch gleich ziemlich in der Nähe. Das ist doch schon mal gut. Da reiten wir hin. Dann haben wir die beiden. Und dann eine hier und dann noch ganz viele hier. Und dann haben wir alle. Ja, hey. Ach so, hier in Flow-Weave ist noch eine. Naja, jetzt holen wir uns mal die beiden auf jeden Fall. Lauf, Plätze. Dann schauen wir weiter. Plätze. Es wird Karten gespielt. Das ist aus Zelda, Ocarina of Time, das Lied. Dam, dam, daddladam, dam, daddladadam. Ja, ja. Ich habe links Geschreimoher. Aber ich weiß nicht wo. Natürlich der Schloss Hyrule in der Vergangenheit. Als Kind. Dam, dam, daddladadam. Dam, dam, daddladadam. Wisst ihr, wie ich da drauf gekommen bin, dass das Schloss Hyrule ist? Weil ich hatte links Geschrei im Ohr, wenn er rumrollt, zum einen, aber auch Geschnatter von vielen Leuten. Und dann hatte ich die Bilder, die passenden dazu im Kopf. Von dieser Traube von Menschen vor dem Verkaufsstand und so weiter. Interessant, interessant. So ein Hirn ist schon was, ne? Ist schon was Kompliziertes. Was Komplexes auch. Was es gibt. Lust auf eine Partie Gwind mit einem maskierten, fremden, schwarz gekleideten Ritter mit Katzenaugen. Gwind, wie wär's mit einer Runde oder zwei? Spiel starten. Du beginnst. Ich glaub, der redet mit mir. So, jetzt muss ich mich erst mal... Oh, das dynamische Trio! Oh, und Olaf! Meine Güte! Wir haben hier Karten auf der Hand. Das ist gar nicht schlecht. Ich glaub, da schmeiß ich am ehesten Triss raus. Obwohl das wirklich eine gute Karte ist. Aber, ne, die wollen wir auf keinen Fall. Okay, gut. Ja, das Schiff, da hätten wir uns lieber Triss behalten sollen. Aber passt schon. Wir haben hier die Spionagekarte. Mit ein klein bisschen Glück. Ah ja, auch nicht schlecht, der Gockel. Ja, den machen wir fertig. Guckt, jetzt spiel ich hier unseren Gockel. Das heißt, in der nächsten Runde starten wir gleich mal ziemlich brachial. Und wir haben tatsächlich zwei... Oh Gott, wir haben so gute Karten auf der Hand. Wir haben so gute Karten. Der wird gleich so dumm aus der Wäsche schauen. Der wird gleich so blöd gucken. Tja. Das soll ein Held sein? Das ist ein Held! Ja, ich mein, seine 12er Belagerungsgeräte sind schon nicht schlecht. Das muss man ihm lassen. Ich spiel jetzt noch die beiden Schiffe und dann, glaub ich, mach ich Schluss. Die drei hebe ich mir für die nächste Runde auf. Oh, der spielt noch einen Spion. Aha, aha, aha. Der bereitet sich auch aufs Ende vor anscheinend. Nimmt noch schnell mit, was er kriegen kann. Wahrscheinlich passt er jetzt, wenn er klug ist. Nein, er spielt sogar noch einen Spion. Jaja, das ist nicht doof von ihm, aber ich passe jetzt, weil ich bin auch nicht doof. Oha, der nimmt sich sogar noch eine Karte zurück auf die Hand, bevor er passt. Der hat für die Zukunft geplant, ich aber auch. Weil jetzt kommt neben dem Kerl, der jetzt von Anfang an auf dem Feld ist, das dynamische Motherfuckin' Supertrio Deluxe. Und das wird so krass. Wenn der jetzt nicht eine Wetterkarte hat, die meine Angreiferei irgendwie schwächer macht, dann reichen die drei oder vier in dem Fall alleine mehr als aus, um die Runde zu gewinnen. Und falls nicht, habe ich in der letzten Runde... Na, ha, 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 ha. Nicht schlecht. Äh, aber das wird ihm leider nichts nützen. Er bringt mir nur, ehrlich gesagt, meine letzte Runde jetzt ein bisschen durcheinander. Aber die aktuelle Runde werde ich ihm trotzdem noch mit genau der gleichen Strategie abstauben. Ich hätte lieber die Spione mir wieder geholt, ehrlich gesagt. Aber gut. In dem Fall... Machen wir es ein bisschen anders. Das dynamische Trio muss hier gemeinsam gespielt werden. Yeah, guckt euch das an. Jetzt habe ich zwar keine Karte mehr, aber sollte er die Runde tatsächlich noch gewinnen, kriege ich durch meine Fraktionsfähigkeit noch eine Karte in der letzten Runde. Und die muss dann reichen. Huh, unentschieden. Und dann hat er noch eine Wetterkarte. Das wäre beinahe echt noch in die letzte Runde gegangen, wo ich dann wahrscheinlich gewonnen hätte. Aber so habe ich jetzt schon gewonnen. Cooles Match. Das hat richtig Spaß gemacht. Einmalige Schnäppchen. Vorzugsfinanzierung von Gianfonelli bei jedem Rüstungsgabend. Das war toll. Das fand ich sehr schön. Mein Gott, alle quasseln wieder durcheinander. Bin ich froh, dass wir jetzt hier weg sind und wir unsere Ruhe haben. Richtig gut. Außer Fressen und Saufen. Willkommen in meiner bescheidenen Wirtschaft. Aus welchem Land stammst du? Ich bin schon so lange unterwegs, dass ich keine Antwort weiß. Sagen wir, aus dem Norden. Ach, ist es wahr, was man sich erzählt? Krieg und Tod und Zerstörung überall? Das ist übertrieben, aber nicht sehr. Tut mir leid, dass ich frage, aber ich habe Familie in Erdön, weißt du? Daher die Neugier. Aber bitte sag mir doch, was ich für dich tun kann. Spielst du oft Gwind? Wie wäre es mit deiner schnellen Partie? Außer Fressen und Saufen hat sie nicht den Sinn. Los geht's. Los geht's. Oh ja, den Hahn finde ich gut. Rüttersporn geht immer. Die müssen wir dringend draufschmeißen. Sehr gut. Oh, ich glaube, die nehmen wir so, wie sie sind. Habt ihr mitbekommen, dass jetzt wahrscheinlich tatsächlich, Gerüchte gab es da auch schon seit ein paar Tagen, aber jetzt ist mehr oder weniger semi-offiziell, dass Microsoft die Discord kauft. Anscheinend, zumindest gerade plant oder in Verhandlungen ist, ich weiß nicht genau, wie fortgeschritten das Ganze schon ist, aber ja, soll passieren. Da haben sie sich natürlich die aktuell so ziemlich größte Videospiel-Kommunikationsplattform ausgesucht. Das ist natürlich ein guter Einkauf. Wenn die dann Discord mit ihren ganzen Spielen und ihrem Games-Pass und so weiter noch verknüpfen, das ist ein Konzept, das durchaus aufgehen könnte, glaube ich. Bin ich gespannt, wo das noch hinführt. Microsoft macht aktuell, habe ich das Gefühl, sehr kluge und zukunftsträchtige Investitionen. Die haben einen langfristigen Plan offensichtlich und der könnte meiner bescheidenen Meinung nach sehr gut aufgehen. Damit könnten sie der Konkurrenz in breitem Feld den Rang ablaufen. Und damit meine ich nicht nur auf Konsolenmarkt bezogen, nicht nur Sony, weil mit dem Game Pass haben sie es ja geschafft, sich wirklich auch wieder den PC-Markt zurückzuerobern. Die haben jetzt nicht mehr nur den Konsolenkrieg. Die PC-Landschaft haben sie ja quasi so ein bisschen vernachlässigt die letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte. Aber jetzt, wo Steam den PC wieder gerettet hat im Grunde und wieder ganz gut restauriert hat und der PC jetzt wirklich so seine Renaissance erlebt. Ich weiß schon, viele von euch werden das wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen, weil in Deutschland war PC schon immer ein großer Markt. Aber so weltweit gesehen hat PC jetzt viele Jahre nicht gerade den besten Stand gehabt. Aber das scheint sich gerade durch den florierenden Indie-Markt und eben auch Steam und die Steam-Sales und die Angebote und so weiter wieder einzupendeln. Und mit dem Game Pass hat jetzt quasi Microsoft wirklich ein Multi-Plattform-Angebot, das schon auch ziemlich verlockend und ziemlich gut ist. Und das ist ganz egal, ob du eine Xbox hast oder ein PC oder eben, und das ist glaube ich auch wichtig, sogar Smartphones oder Tablets. Auf die kannst du auch die ganzen Spiele aus dem Game Pass streamen. Ähm. Die sind nicht mehr auf eine Plattform gebunden. Und ich glaube, mit so einem Abo-Modell, das auf so vielen Plattformen funktioniert, dürften die oder könnten die sowohl auf dem PC, eben Plattformen wie Steam oder dem Epic Store oder wie sie alle heißen, echt gut Konkurrenz machen, aber eben natürlich auch Sony. Und ich glaube, das ist wirklich klug, was die da machen. Ich glaube, ich verschwende den jetzt gerade ein bisschen, oder? Zerstöre ich ihn die drei da oben wenigstens wahrscheinlich. Ja, okay. Mein Gott. So, und die beiden hebe ich mir noch auf für den Schluss. Und dann ist der Käse gegessen. Selbst wenn der jetzt die Runde noch gewinnen sollte, was er wahrscheinlich nicht tun wird. Toch-ching! Na, ich meine, jetzt ist ja der Bethesda-Deal über den Tisch. Und jetzt wurde quasi auch offen drüber geredet, dass natürlich zukünftige Bethesda-Spiele auf Game Pass-Geräten erscheinen, nur noch. Das heißt, kein Elder Scrolls, das neue... Wo sind wir jetzt? Bei sechs, oder? Kein Fallout 5 auf der Playstation. Das dürfte ziemlich sicher sein. Die aktuellen Deals, die es jetzt schon gibt, die werden quasi aufrechterhalten. Und möglich, ne? Es ist möglich, dass eventuell schon Verträge zwischen Sony und Bethesda bezüglich des neuen Elder Scrolls bestanden haben. Weil das wurde ja auch schon angekündigt und so. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Das muss man vielleicht berücksichtigen. Das stimmt. In dem Fall würde das zumindest schon noch für Sony kommen. Aber da haben sie sich halt wirklich einen irrsinnigen Exklusiv-Deal gesichert, Microsoft. Ja, ja. Nicht schlecht, ne? Es ist aber... Ich finde es... Ich finde es... Ich finde es cool. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so cool finde, dass Microsoft sich hier den ganzen Markt zusammenkauft. Das sehe ich aktuell noch kein Problem drin. Weil, ne, momentan ist die Konkurrenz für Microsoft noch riesig auf allen Gebieten. Es gibt ganz viel Konkurrenz, die sich hier auf Augenhöhe bewegt. Und die Indie-Szene ist riesig und so weiter. Momentan ist es noch keine Gefahr für den freien Markt da quasi. Ähm... Weil auch für uns Kunden ist natürlich ein einzelner riesiger Anbieter, der alles in sich vereint, immer schlecht. Für, für, für die, für die Kunden des Konkurrenz schon was Sinnvolles. Da muss man ein bisschen aufpassen. Weil sonst können die plötzlich anfangen, jeden Preis zu verlangen, den die wollen. Solange noch gezahlt wird, so ungefähr. Und Alternativen gibt es dann nicht mehr. Ab da wird es immer gefährlich. Aber bis jetzt sehe ich da noch keine Gefahr. Und dass eben jetzt die Fallout-Lizenz bei Festa, Obsidian und InXile vereint sind. Wieder unter einem Dach bei Microsoft. Das finde ich halt schon ziemlich cool, muss ich sagen. Fleisch der frischesten Sorte! Heiße Würste! Deftiger Blutpudding! Was da für Potenzial bestünde, was da für ein Potenzial für Synergien bestünde, ob das genutzt wird, so wie ich das gerne hätte, das ist wieder eine andere Frage. Ich weiß, du bist beschäftigt, aber wollen wir trotzdem eine Runde Gwind spielen? Tja, und Nintendo währenddessen? Nintendo, ja, die sind wieder zu erfolgreich, habe ich das Gefühl. Ich meine, wir haben immerhin eine weltweite Pandemie. Das muss man auch mit einrechnen. Okay, vielleicht bin ich da zu voreilig. Ich gebe es ja zu. Aber ich habe aktuell das Gefühl, Nintendo ist wieder zu erfolgreich mit der Switch. Und deswegen haben die nicht mehr so richtig Bock zu investieren. Große Investitionen machen die immer nur, wenn es denen schlecht geht. So ein neues Mario, ein neues Zelda, ein neues Metroid. Den geilen Scheiß, der wird finanziert, wenn es denen richtig schlecht geht. Wenn es denen gut geht, wenn die oben auf der Fettsuppe schwimmen, dann lassen die sich treiben. Dann kommt hier mal ein bisschen Mario Wolf und hier noch so ein kleines Partyspielchen. Und Splatoon 3 machen wir noch, weil, na, passt schon. Ich meine, das neue Zelda ist in Arbeit. Das neue Metroid ist immer noch in Arbeit. Das stimmt alles. Das ist auch cool. Aber halt alles schon angekündigt und alles schon quasi in Arbeit genommen, als es noch nicht ganz so rosig aussah für Nintendo. Und das ist auch, das passt auch zu deren, ähm, Historie. Das war schon immer so. Nintendo ist immer am besten, wenn sie strugglen, wenn sie kämpfen müssen. Wenn sie unterlegen sind. Und das zeichnet sich gerade, finde ich, schon auch wieder ab. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, was Ende des Jahres, was das nächste Jahr bringt. Ich rechne da übrigens, muss ich ganz ausdrücklich sagen, die Pokémon Company, nicht mit rein. Die wird ja immer oft mit Nintendo in Verbindung gebracht. Und ich, die gehört auch Nintendo. Und das gehört schon irgendwie zusammen. Die Pokémon Company agiert trotzdem sehr eigenständig. Die haben im Grunde, was so Firmenstrategien und sowas angeht, nicht viel mit Nintendo zu tun. Die sind da schon ein ganz eigener, ganz eigener Sektor im Grunde. Die haben ja auch schon Handyspiele rausgebracht, als Nintendo sich noch vom Handymarkt ganz fern gehalten hat und so. Das ist ja wirklich... Ah, das ist jetzt doof, ne? Was mache ich denn jetzt hier? Die meisten Karten, die ich habe, bringen mir gerade so gar nichts. Ehrlich gesagt bringt mir Rittersporn gar nichts. Ich sollte mal aus meinem Deck werfen. Obwohl, in dem speziellen Fall bringt mir Rittersporn sogar sehr viel. Aber der hat jetzt einen Vorsprung von 19 Punkten. Und ich befürchte, ich muss jetzt passen. Ich habe die Trompete jetzt einfach verschwendet. Naja, schauen wir mal, was da die nächsten Jahre noch so rauskommt bei Nintendo. Aber aktuell bin ich da echt ein bisschen so... Da bin ich jetzt aktuell eher gespannt, was der Game Pass in den nächsten Jahren so bringt. Oder in den nächsten Monaten so bringt. Aber das ist halt ein Mörderangebot. Das ist halt wirklich ein Mörderangebot. Und ich bin gespannt, ob und wie sich Sony dagegen langfristig durchsetzen wird. Und das ist schon irgendwie, finde ich, ein Thema. Weil Sony halt nicht nur auf Vollpreisspiele setzt. Und so ein traditionelles... Man kauft sich ein Spiel und kann es dann spielen. Bis sie halt dann irgendwie den Shop abschalten. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Über das müssen wir auch noch reden. Wie lange wird die Folge heute noch? Ah ja, haben wir schon noch Zeit. Ja, da. Uiuiui. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, das finde ich sehr problematisch. Aber bleiben wir nochmal bei dem. Und nicht nur, dass sie das alte Konzept beibehalten. Sondern die erhöhen sogar noch die Preise. Ich glaube, ich mache mal die Musikfunkbänden ein bisschen leiser, oder? Die erhöhen sogar die Preise noch. Die steigen von 50 auf 60 Euro in den Preisen. Äh, ja, doch. Oder eben von 60 auf 70, teilweise 80 Euro. Da sind ja viele Hersteller noch ein bisschen am Rumexperimentieren. 10 bis 20 Euro sind da die Spiele jetzt teurer aktuell. Und das ist halt schon ein ordentlicher Batzen, ey. Und wenn halt daneben so etwas wie der Game Pass existiert. Der sagt, hier, guck mal, bei uns kriegst du alle Spiele quasi für 15 Euro im Monat. Alle. Die ganz neuen. Und ganz viele alte und ganz viele Indies auch noch mit dazu. Und dagegen halt dann für ein Spiel 80 Euro bezahlen. Und zwar in der Standard Edition. Und dann für den ganzen Climbins, oder Special Edition, gleich ein Hunder dahin legen. Dafür habe ich fast ein Jahr Game Pass. Das ist schon krass, ne? Da bin ich halt echt gespannt, ob Sony da langfristig sich behaupten kann dagegen. Ich meine, das ist kein so klassischer Konsolenkrieg mehr. Es geht hier nicht um Playstation 5 gegen Xbox Series. Weil eben Microsoft mit dem Game Pass ja im Grunde weg geht. Oder nicht weg geht von diesen Konsolen, aber einfach den Markt erweitert hat für sich selbst. Konsolen sind schon noch da und Hardware verkaufen ist gut. Aber im Endeffekt sind die Series nur dafür da, dass die als Plattform für den Game Pass stehen. Kann aber auch der PC sein. Kann auch ein Apple Tablet sein. iOS wird aktuell nicht unterstützt, aber kommt bald. Ähm, ist denen egal mittlerweile, wo du deine Game Pass Spiele spielst. Hauptsache du hast den Game Pass abonniert. Darum geht's denen. Und das scheint echt sehr gut zu funktionieren. Naja, wie gesagt, ich bin gespannt. Wie sich das entwickelt. Nicht schlechter letzter Move, aber hat nicht gereicht. Tja, und dann kommt natürlich noch hinzu, dass es schon problematisch, finde ich, dass es halt auch sowas ist. Während Nintendo seine Retro-Spiele wie Goldklumpen behandelt und horrende Preise dafür verlangt teilweise immer noch und das auch gut funktioniert und Microsoft ja wirklich sich sehr um Abwärtskompatibilität bemüht. Und wirklich versucht, alle Spiele zu erhalten, ja auch für die neuen Generationen von Konsolen. Was ich sehr wichtig und sehr löblich finde, auch aus einem kulturellen Aspekt heraus, hat Sony jetzt beschlossen, okay, wir schalten jetzt den Shop für PS3, für PSP und für PS Vita ab. Das heißt, digitale Spiele, die man in dem Shop erworben hat, wird man dann nicht mehr runterladen können und viele Exklusivspiele für diese Systeme sind dann nicht mehr verfügbar. Die gibt es nicht mehr. Die existieren nicht mehr. Außer man kauft die gebraucht irgendwie vielleicht auch noch auf einem Datenträger. Aber hier werden wirklich Spiele aus der Videospiellandschaft, aus der Videospielkultur rausgelöscht und den Käufern wird aus einfach digitaler Besitz im Grunde weggenommen. Der Zugang dazu wird denen weggenommen. Und das ist natürlich schon blöd. Und wenn dann auch noch der Chef von Sony, der Playstation-Chef zumindest, nicht der Sony-Chef, der Playstation-Chef sagt, ja, hier alte Spiele habe ich nie verstanden, ist doch alles irgendwie Blödsinn, dann ist das auch nicht sehr sympathisch. Und wenn er dann vor allem auch so Sachen sagt, wie zum Beispiel, ja, es sagen zwar immer alle, die wollen Retro-Spieler, aber spielen tut sie dann eh keiner, dann ist das halt so ein relativ kurzsichtiger Blick auf die Statistiken, auf die Zahlen. Weil ja, ich spiele nicht den ganzen Tag Retro-Spiele, darum geht es nicht. Ich möchte aber Zugriff haben, ich möchte sie besitzen. Ich lese auch nicht jeden Tag drei Stunden in meinem Lieblingsbuch. Ich möchte es aber im Regal haben, damit ich es alle paar Jahre mal rausholen kann. Und so funktionieren Retro-Spiele. Es geht nicht darum, dass den ganzen Tag immer und überall Retro-Spiele gespielt werden. Aber man will den Zugriff haben, man will sie haben, man will sie besitzen, man will immer wieder mal ein bisschen rein spielen. Und das kann, wie gesagt, im Jahr oder alle zwei Jahre mal für zehn Minuten sein. Das kann einem aber trotzdem sehr wichtig sein. Wenn man aber nur in die Statistiken guckt und sieht, ja, Witcher 3 hat 500 Spielstunden im Durchschnitt pro Person und unser Retro-Spiel nur zwei. Ist ja total scheiße, können wir wegschmeißen. Dann trifft man halt dumme Entscheidungen. Kundenunfreundliche Entscheidungen. Und ich finde eben auch problematisch, dass der Chef von Sony da so Aussagen trifft, die irgendwie so ein bisschen zeigen. Ne, ich sage immer der Sony-Chef, stimmt nicht, der Playstation-Chef. Dass er anscheinend Videospiele selbst nicht wirklich als Kulturgut wertet. Und das finde ich ja auch schon sehr problematisch für jemanden in so einer Position. Willkommen, Ritter Ravix. Toussants bester Schwertmeister. Ich weiß, du bist beschäftigt, aber wollen wir trotzdem eine Runde Gwind spielen? Was wünschst du, Meister? Reggie war einfach cool. Reggie ist immer noch cool, aber Reggie war ein cooler Nintendo of America Präsident. Und ich habe dem damals schon geglaubt, dass der tatsächlich auch ein Retro-Nintendo-Fan war. Und jetzt, wo er nicht mehr bei Nintendo ist und frei quasi tätig ist, merkt man noch mehr, dass das auch tatsächlich so war oder tatsächlich so ist. Der ist halt wirklich ein Videospiel-Fan. Glaube ich ihm. Und das macht ihn als Chef einer riesigen internationalen Videospiel-Firma einfach authentischer und auch sympathischer. Das muss nicht heißen, dass dann unter ihm bessere Spiele entstehen. Und das muss nicht heißen, dass er die besseren Entscheidungen trifft. Das heißt einfach nur, dass das mir sympathischer ist. Mehr will ich damit eigentlich nicht sagen. Und der Playstation-Chef hat sich bei mir schon mehrfach, aber jetzt nochmal, sehr stark unsympathisch gemacht. Leider. Und in dem Fall hat es ja auch wirklich sehr konkrete Auswirkungen auf Spieler weltweit. Das ist dann natürlich sehr schade. Natürlich auch immer mit einem Auge auf die Zukunft. Denn wie viele Spiele habe ich denn jetzt digital für die PS4 gekauft? Wann werden mir die denn weggenommen? Puh, weiß ich nicht. Wenn der Sony, der Playstation-Chef beschließt, dass die jetzt zu retro sind und deswegen keinen mehr zu interessieren haben. Dann werden mir die plötzlich weggenommen, so wie es aussieht. Zum Glück ist die PS5 wenigstens auf die PS4 abwärts kompatibel. Was heißt wahrscheinlich werden mir die wenigstens für die Dauer der PS5 noch erhalten bleiben. Aber das, naja, ist auch nicht sehr zukunftsträchtig. Wenn wir Glück haben, sieben, acht Jahre und dann schauen wir mal weiter, so ungefähr. Das ist halt auch nicht sehr, ja wie gesagt, als Playstation-Kunde, der ich ja schon bin, gerade bei größeren Titeln, finde ich das auch beunruhigend in gewisser Weise und nicht sehr, ich finde das halt nicht sehr zuverlässig. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich die Spiele behalten darf. Es kann sein, dass mir die Sony jederzeit wegnimmt. So fühlt sich's an. Und so ist es auch. Faktisch. Wenn mir der Zugriff verwehrt wird, dann besitze ich die nicht mehr. Außer ich lagere mir überall externe Festplatten voller Spiele, was ich theoretisch machen kann. Aber das ist irgendwie auch nicht Sinn der Sache. So, ich bin gespannt. Ich hoffe nämlich, dass er mehr Karten raushauen muss und mich darüber bieten, als er sich jetzt durch seine 100 Spione erschlichen hat. Ah, okay, unentschieden. Okay, na gut. Zumindest habe ich ihm seinen Spionvorteil genommen. Na ja, na ja, na ja. Sehr bedenklich, die ganze Geschichte. Nein. Der grindet schon für die nächste Runde, stimmt's? Der passt jetzt. Nein, dann hat er wirklich jetzt das Wasser sozusagen. Das war jetzt so ein typischer Gwent-Bot-Move. Manchmal machen die sowas. Der weckt die Karte wieder, nimmt sie wieder zurück auf die Hand mit einer anderen Karte, die extra dafür da ist. Und dann spielt er sie gleich wieder aus. Dann macht überhaupt keinen Sinn. Und dann passt er, anstatt dass er sich die Karte behält. Komisch. Und dann passt er. Nam nam nam. Das könnte jetzt je nachdem, was der für Karten hat, echt nochmal relativ knapp hier werden. Ich bin jetzt gespannt, ob wir die Partie gewinnen. Das ist diesmal wirklich nicht so eindeutig, wie ich es gern hätte. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier so mächtige Spione rüberlegen will. Aber ich wüsste jetzt gerade, obwohl, das lohnt sich. Na ja, das sieht ganz gut für mich aus. Ich würde mich sehr wundern, wenn er das jetzt noch übertreffen kann. Na ja, dann hat er am Schluss doch nur noch heiße Luft übrig. Sehr schön. Wie hat er mich unter der Maske erkannt? Wie wär's mit einer Runde Quint? Hammer, Amboss, Rums, Bums. Musik in den Ohren eines Schmieds. Musik in den Ohren eines Schmieds. Ups. Ach so genau, ich wollte mal gucken. Macht Rittersporn Sinn in meinem Deck. Aber im Endeffekt eigentlich schon allein wegen denen da. Ja, okay, gut. Weiter geht's. Musik in den Ohren eines Schmieds. Musik in den Ohren eines Schmieds. Okay. Schauen wir uns die Sache mal an. Die muss dringend weg. Die allein macht auch nicht glücklich. Was bist denn du für eine Karte? Ich sehe hier zum ersten Mal die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlagfeld. Ah ja, genau. Ich kann mich erinnern. Das ist jetzt gerade eine sehr offensive Hand. Du alleine machst keinen glücklich. Oh nein, jetzt habe ich so eine Scheiße. Genau die will ich nicht. Zwei davon auf der Hand zu haben, macht gar keinen Sinn. Weil wenn ich eine ablege, beschwört die automatisch alle anderen der gleichen Art. Aber nicht aus meiner Hand, sondern nur aus dem Deck. Das ist jetzt total doof. Die spiele ich gleich mal. Das sind meine Müllkarten jetzt quasi. Ach doch, warte mal. Das spielte auch aus meiner Hand. Okay, das wusste ich nicht. Aber es ist trotzdem doof, weil jetzt habe ich eine Karte weniger auf der Hand. Macht auch nicht viel Sinn. Im Grunde. So, ich spiele jetzt Geralt und dann passe ich einfach für die erste Runde. Habe ich jetzt quasi schon eine Karte, bin ich schon hinten. Und der macht, das ist interessant, der spielt so wie ich normalerweise genau die Fraktion spiele. Der spielt seinen Spion, der spielt seine Kuh. Und wahrscheinlich passt der jetzt dann und verliert absichtlich die erste Runde. Weil er dafür die zweite richtig krass startet. Ja, ganz genau. Ah, jei, jei. Gefährlich. Na gut, aber seinen kleinen Vorteil, den er sich da gesichert hat, könnte ich ihm jetzt gleich zunichtem machen. Aber da ich die Karte auch noch auf der Hand habe, warte ich erstmal noch. Ich muss nur aufpassen, dass ich keine Karte spiele, die stärker ist als seine da oben. Außer es ist eine Heldenkarte. Dann ist es egal. Die zählen nicht für so Bonuseffekte. Wenn ihr davon noch mehr habt, muss ich mir die beiden hier aber wirklich aufheben. Ah Mist, aber was spiele ich denn dann? Okay, gut, kein Problem. Dann spiele ich jetzt erstmal die hier. Und mache ihm seinen Achter kaputt. Und jetzt spielt er hoffentlich gleich einen zweiten von seinen Wikingerfreunden da. Ah ne, schade. Warte ich mal lieber noch ein bisschen. Dann spielen wir mal vorher noch Olaf. Ah, jetzt spielt er nix mehr in der Nachkampfreihe. Olaf, der hat mir Olaf genommen. Mist. Weißt du was? Ich hole Olaf wieder zurück. Ich meine, der hat noch echt viele Karten auf der Hand. Ich kann nur drauf hoffen... Mist, das ist nicht so gut. Trotzdem kann ich nur drauf hoffen, dass der so viele Karten wie möglich spielen muss. Der hat sich jetzt gerade aber mehr geschwächt als mich eigentlich. Dass der so viele Karten wie möglich noch spielen muss, bevor es in die letzte Runde geht. Wo ich dann quasi mit zwei Karten starte, die zufällig auf Glück durch meine Fraktionsfähigkeit gespielt werden. Die er übrigens auch hat. Ah, das könnte böse werden. Na schauen wir mal. Ah, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt er gar nicht auf die 46 und dann habe ich gewonnen. Cool. Timal. Na dann. Hey, das läuft so gut und so flüssig und so flutschig. Dann machen wir jetzt die anderen auch noch schnell alle. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Hast du unseren Kollegen Jean-Louis Ludovicke retten? Willkommen Herr Ravix. Ich habe von deinen Taten gehört. Ich brauche ein bisschen Pflege. Ähm, wo ich jetzt schon hier halbnackt auf deinem Stuhl sitze. Wollen wir nicht Quent spielen? Quent? Vielleicht könnten wir eine Partie spielen? Haha, lustig. Nach diesem Mal haben wir nicht gerade Traumkarten. Aber ich habe einen Spion. Der könnte uns genau die Karten, die wir noch brauchen, in die Hand spielen. hoffentlich. Schauen wir mal. Naja, immerhin. Immerhin. Das heißt aber, du, ich spiele jetzt gleich mal die Karten, die ich nicht unbedingt brauche, weg. Und hebe mir dann die Gurken für später auf. Uuuuh. Ich muss noch aufpassen, dass ich mit dem Punkt nicht so ins Hintertreffen komme. Sonst passt er und dann stehe ich da. Mit meinen Müllkarten auf dem Feld. Ach, der passt jetzt schon. Der will einen Unentschieden. Nö, 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 nö. Der spiele ich noch den Wesem hier. So, da, la. Habe ich immer noch eine Karte Vorsprung. Und jetzt sieht es nicht gut für ihn aus, würde ich sagen. Kommt drauf an, was der noch für hinterhältige Fallenkarten hat. Vielleicht, na. Aber ich traue, ich verlasse mich auf das Herz der Karten. Uuuuh, la, 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 la. Zum Glück habe ich meine beiden Heilungskarten auf der Hand. Dann kann wir... Nein, jetzt habe ich das Falsche. Jetzt habe ich das von der falsche Karte erweckt. Na super, das ist ja ganz toll. Na ja, trotzdem hier, komm. Zack. Ach, war das doof von mir. Wird jetzt schon nicht auf die... Naja, es sind schon... Es sind schon zwölf... Zwölf Punkte, die ich jetzt verschenkt habe. Also wenn ich jetzt mit... Mit... Na, wenn ich jetzt mit weniger als zwölf Punkte unterliege, dann ärgere ich mich. Meine Güte, du spinnst du. Okay, das ist alles, was er hat, ne. Das war jetzt ordentlich, muss ich schon sagen. Guck mal, hätte ich jetzt zwölf Punkte mehr? Ja, beziehungsweise durch die Karte noch mal 6 mehr. 18. Wären dann... Oder glaube ich zumindest, dass es 18 wären. Wären dann 68, wären dann 5. Na ja, guck, wäre ich immer noch unterlegen. Insofern scheißegal, dass ich die Falsche erweckt habe. Und ich passe jetzt einfach... Weil er hat keine Karten mehr. Er darf 2 zu 2 behalten. Schauen wir mal welche. Oder 2 Wiederspielen halt. Zufällig. Aber ich auch. Ah ja, der. Okay, hab jetzt schon gewonnen. Schön, schön. Hey, wenn wir schon hier sind, vielleicht ist es Zeit für eine neue Frisur. Wer weiß, ob die nicht vielleicht neue Frisuren im Angebot haben. Hier in... Ich brauche ein bisschen Pflege. In... In... ...dem... ...gebiet, wo wir jetzt sind. Hm. Hm... Ne, ich glaube leider nicht. Schade. Machen wir mal zu der Maske. Damit die schöner umrahmt. Ist lange und offen vielleicht. Weiß nicht genau, wie das aussieht. Machen wir jetzt. Kann man ja vorher nicht testen. Aha. Ja, okay. Doch, genau. Und Bart machen wir auch noch. Und zwar... Ein hübscher Spitzbart. Schauen wir mal. Wie das zu der Maske passt. Ein ganz neuer Look. Ein ganz neuer Hexer. Aber der Bart passt nicht ganz. Der steht so durch die Maske durch. Vielleicht Koteletten mit Schnauzer. Ich möchte, dass das nicht so durch die Maske durchschimmert. Die einzelnen Bartherchen. Ne, funktioniert auch nicht. Der Bart muss weg. Vielleicht ein kleiner... Nur ein Schnau... Ah, Schnauzer mit kleinem Zopf am Kinn. Das versuchen wir. Hieß das wirklich so? Ich sehe keinen Zopf am Kinn. Ein Schnauzer mit einem kleinen Zopf am Kinn. Aha. Ja, okay. Dann lassen wir das jetzt so. Ach, hat der jetzt unter der Lippe vielleicht so einen kleinen... Ja, ich meine, irgendwie passt es besser zur Maske. Sieht wie die Haare im Wind wehen. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, aber wirklich. Ein ganz neuer Geralt sind wir jetzt. Von Eselsohren zur Vampir Eminent. Da hat er sich ganz schön gewandelt. Die letzten paar Folgen. Ich habe die ganze Nacht poliert, geschärft, geölt. Da ist ein Rostbleck in der Hohlkehle. Die Herzogin, unsere... Die machen wir jetzt auch noch fertig. Vielleicht eine Partie gewinnt? Besser. Passt viel besser zur Maske. Ist jetzt auch nicht unbedingt der Style, den ich eigentlich wählen würde. Aber passt zur Maske perfekt. Viel besser als vorher. Meine Güte, warum gibst du mir denn immer diese Schiffe auf die Hand? Niemand will diese Schiffe. Ich spiele jetzt erst die Schiffe, bevor ich die Spionagekarte spiele. Ich habe Angst, dass mir die Spionagekarte sonst nur wieder Schiffe auf die Hand gibt. Und jetzt sind sie weg. Kann ich die schon mal nicht mehr ziehen. Erhöht die Chancen, dass ich eine von den beiden ziehe. Das dritte Schiff oder ein zweites dynamisches Trio. Horn. Hornbärth. Und er passt. Das klingt nach einem Fall für Wesemir. Tja, Pech gehabt. Na gut, dann spiele ich jetzt hier meine Super-Duplo-Duper-Karten. Super-Duplo-Duper-Karten. Ich spiele meine Helden-Karten, wegen ihm hier. Wartet mal. So, da hat er schon einen Fehler gemacht. Der irgendwie jetzt gleich bitter kosten wird. Bitter kosten wird? Ja, okay. Warum nicht? Tatatataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. So. Jetzt guckt er aber blöd. Ja, keine Ahnung. Ich spiele jetzt noch das dynamische Duo und verstärk die mit einer Trompete. Aber dann passe ich mal. Dann schauen wir mal. Wahrscheinlich kommt er eh schon nicht mehr hinterher. Dann beenden wir die Sache schnell. Oh! 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 Na gut, okay. Wenn das so ist, dann spiele ich mal mein dynamisches Aqua-Duo und verstärk die mit einer Trompete. Und dann kommt er wahrscheinlich eh schon nicht mehr hinterher. Und dann ist das schnell... Du endet. Beendet das Duell. Nicht du endet das BL. Wobei das auch... Oh! Boah! Der hat noch eine Verbrennkarte. Was? Come on! Das ist doch jetzt hier ein bisschen albern. Cheater. Hahaha. Wie viele Verbrennkarten kann man denn auf der Hand haben? Ah. Hol ich eigentlich die Karten auch vom Friedhof? Finde Karten mit dem gleichen Namen in deinem Kartensatz. Ich bin mir nicht sicher, ob da der Friedhof auch zählt. Ich versuch's einfach mal. Ist ja wurscht jetzt. Nein. Der Friedhof zählt nicht. Mit Kartensatz ist dann scheinbar nur der Stapel gemeint, von dem er die Karten zieht. Na gut. Die Trompete allein macht auch nicht glücklich. Dann hau ich die jetzt hier noch drauf. Dann soll er erst mal 52 noch zusammenkriegen mit seiner letzten Karte. Das glaube ich nämlich eher weniger. Haha. Blöde Wirtin. Bei meinem Schwur. Ich werde das Turnier gewinnen, Liebste. Mit deinem Namen auf den Lippen. Was ist, wenn ein anderer Ritter triumphiert? Dieses Jahr nehmen viele tapfere Männer teil. Dann werde ich schweigen und meinen Helm erst abnehmen, wenn ich meinen Schwur im nächsten Jahr erfüllt habe. Meiner treu. Das ist der Hexer, der uns aus dem Leid errettet hat. Bist du ein Quest-Geg-Person? Willkommen! Ne. Ja was denn Hater? Du wirst mich an. Ich stehe hier einfach nur und du rempelst mich an. Mensch. So ein Vampir-Hexer-Leben ist nicht leicht. Man ist dadurch, dass man ein Vampir ist, so unscheinbar anscheinend, trotz der auffälligen Rüstung, dass einem irgendwelche Frauen einfach anrempeln und einen dann auch noch anpöbeln. Ja gut, in dem Fall bin ich schuld. Dem habe ich es gezeigt. Wie, 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 wie sieht's aus? Machen wir Schluss für heute, ne? Machen wir Schluss für heute. Hä, wie seht denn ihr das auf YouTube? Ich sehe hier zwei unterschiedliche Bilder. Auf meinem Fernseher hier im Wohnzimmer spacken die Griffe oben von Geralt, wenn ich so schnell drehe, voll ab. Die flimmern total. Irgendwie ein Herz, die Herzzahl oder so. Ich weiß es nicht, was dafür verantwortlich ist. Beim Aufnahmeprogramm auf dem PC sieht's ganz ordentlich eigentlich aus. Da passt's. Wie sieht's denn auf YouTube aus? Ha, hängt wahrscheinlich von eurem Bildschirm ab. Aber auch von der Aufnahme. Wer weiß. Naja. Äh. Äh. Machen wir Schluss für heute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe euch jetzt gefallen. Das sind meine Wappen da vorne. Nice. Mögen die Zentakel der Tiefe über euch wachen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.